Jetzt bitte ich Hamid und Amad auf die Bühne mit ihrem Projekt Zeichne Deine Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch allen ergeht, aber ich wusste, als ich ein Jugendlicher war, nicht, was ich später mal werden möchte oder welches Berufsbild für mich in Frage kommt. Und ich glaube, so geht es vielen, vielen Jugendlichen. Und die Idee von den beiden hilft Kindern dabei herauszufinden, was sie später werden möchten. Und wie genau, erzählen euch die beiden. Hallo, ich heiße Ahmad. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch, aber ich lerne Deutsch jeden Tag. Ich komme aus Syrien. Ich wohne jetzt in Eutin. Eutin liegt in Schleswig-Holstein. Ich habe Psychologie in Damaskus University studiert, aber ich mag den Computer. Wir haben uns eine Idee, die Idee sagt, Zeichne Deine Zukunft. Wie können Kinder ihre Zukunft bauen? Wir haben einen Wunsch, dass Kinder ihre Zukunft bauen können. Und meine Freund kann mir erzählen. Danke. Hallo, mein Name ist Hamid. Mein Name ist Hamid und ich bin aus Yemen. Ich bin an Al-Sahner, in Sanai University. Und heute, ich will eigentlich, wir wollen uns über die, wie zu drawen Ihre Zukunft. Und wir haben uns über die Kinder gefragt, wie sie in der Zukunft wollen, wie sie in der Zukunft wollen. Es ist wirklich schwer zu hören von ihnen, wie sie, wie sie in der Zukunft wissen können. Und wir haben diese Idee, wie sie, wie sie in der Zukunft wollen. Und wir haben diese Idee, wie sie in der Zukunft wollen. Und die Problematik werden, was sie, als sie in der Zukunft haben, ab da sie in der Zukunft gehen können. Und dann wunderschöne, die dann immer wieder, wie sie nach dem Zeichnen sagen wollen. Also, wir haben sie in der Zukunft gesehen, ja, während ihnen erstmals zu sein. Und jetzt, wo sie in der Zukunft machen wollen. Oder sogar in der Zukunft machen können. Und das ist, wie wir ein Thema haben. We asked a lot of questions about it, and the most important thing, what do you want to be? I don't know, and it was really, really simply not accepted. So, we found this solution right now. Our idea was to create an app or a software. This app will help those kind of old students to be certain side, and we'll connect them with the advisors from their area, local areas, and schools, and we'll give them, like, practical and participation on this kind of what they need. So, that was our solution. This is the software we actually developed for yesterday, and how it works usually is, like, they put their address, they put where they want to be, and they put their, even, like, school if there is, like, training in the school, and that's how the schools can be connected to the software. And the software will give them, like, dots about everything they need to know, and where they can go in their area, so that will give them, like, a smooth access to what they wanted to do. And then we'll connect them to actually with their jobs they wanted to do in the future as well, and actually where they wanted to go if they need, like, intensive training, or someone else will give them those kind of training in those places. So, we will go now to the software. Well, that's the software, actually, and it started with this kind of picture, as you can see, and the first thing you will see, like, we are here for you. And they can just fill the form of what they want to do, and their address, and the schools. At the same time, they will give them their address immediately to their local places here. As you can see, this is our place right now, and that's the street we are actually in. And for the school, actually, they even need to know, like, where they can get the training after they fill the forms, and the school will give them, like, in the Google map, like, where is the schools they need to know, for example, that's in general, this is the school around us. And, yeah, for sure, it's a close today, the first one. And if we go deeper in the software, in the Android app, we will go to the last page, actually, for now, because technical problems happen anyway. Okay. We will start from the beginning. Now, we just need the compiler. They can put the, what they want me to be, like, doctor, engineer, gamer, maybe even coffee taster, hacker, or game maker. Or they can just put, like, anything they want to tell us about, like, just tell us. That's everything for now. Thank you so much. Thank you very much. Vielen lieben Dank. Danke. Vielen Dank.